Lachen, leisten, lesen, so lautet das Motto der Gebrüder Grimm-Schule in Hamm und das sieht man auch. Der Tag an der Grundschule startet voller Energie. Nach dem Morgentanz geht es dann gut gelaunt in die Lernzeit. Da jedes Kind selbstständig einen Lernzeitplan führt, kann es individuell gefördert und gefordert werden. Und wer etwas richtig gut gemacht hat, hat die besten Chancen auf einen der begehrten Lobbriefe beim Treffpunkt Grimm. Die Lobbriefe sind dafür, dass man noch ein bisschen Mut gibt und auch dafür man lobt die Kinder, dass sie was Tolles gemacht haben. Eine Schule voller guter Ideen. Die Grimm-Schule macht ihren Schülerinnen und Schülern Mut, aber auch viel Spaß.